Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein! Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken. Die Lage zu bewerten, das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung! Alle mobilen Einlasskräfte an der Kathedrale! Verteidigen Sie den Brückenkopf um jeden Preis! Lassen Sie niemanden vorweiten! Der Kathedal ist umgekehrt. Lassen Sie Ihre Waffe! Sie können nicht diesen Kampf gewinnen! Für Deutschland! Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen! Verflucht! Sind Sie verrückt? Peter, schnell! Zurück in den Panzer! Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Was sind die Befehle, Kommandant? Kein Durchschlag! Weiter so! Das wird erledigt! Bestätigter Treffer! Die Befehle, die Panzer, die hören sich! Reparaturen erledigt! Die Befele ist erledigt! Peter! Wir sind in der Untersaal! Wir können nicht gewinnen! Halt's Maul, Verräter! Wir dürfen uns nicht ergeben! Wir müssen kämpfen! Einsatzbereit! Kein Panzer! Bestätigte Treffer! Bestätigte Treffer! Das Ziel bewegt sich noch! Feuer erwidert! Da kommen noch mehr Folter! Ich denke, wir sind schon anklaren. Sie haben es geschafft! Panzerwüchse! Aufpassen! Wir sind in Reichweite! Feuer erwidern! Gut, Kertz! Legen Sie los! Ich arbeite dran! Er kann wieder raus! Eigentlich den Panzer näher an sich! Treffer bestätigt! Der macht keinen Lutz mehr! Wir sind getroffen! Wir müssen uns Deckung suchen! Und eine Lenkung fällt gleich aus! Scheiße! Was in der Höhle! Was ist los? Treffer bestätigt! Fahren Sie uns in Deckung! Wir haben nicht viel Zeit! Noch ein Treffer und das war's! Kertz! Fahren Sie weiter, sonst könnte der nächste Treffer der letzte sein! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Alles erledigt! Wie geht's, Stefan? Stefan, geht gut! Treffer! Peter, wenn wir so weitermachen, haben wir ein Problem. So schnell es geht! Nur noch eine Sekunde. Alles klar, wir können los. Wir müssen helfen, was tun! Wir müssen helfen, was tun! Wir müssen helfen, was tun und dann es nicht helfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sieh dich doch um, Peter Gott steh uns bei Alles, woran wir geglaubt haben Alles, was wir dafür getan haben Es ist vorbei Nein, Kerz Komm Tu das nicht, Kerz Peter, es ist vorbei Er war ein Verräter Kerz Kerz Ich weiß, er war ihr Freund Aber er ist desertiert Gemeinsam sind wir stärker, richtig? Die Schwachen überleben nicht Es waren doch ihre Worte, oder? Nein, Schießt! War das nicht so? Just give up, damn it! Ich bin hier drauf, ich bin hier drauf Ich bin hier drauf, ich bin hier drauf Schreibe! Untertitelung. BR 2018